Heute wollte ich auf die Unterschiede zwischen Schwingung in der Praxis, also reeller Betrieb, und in der Theorie, in diesem Fall Modalanalyse, eingehen. Bis gleich. Mein Name ist Sergej Karchi, ich bin Maschinenbauingenieur und ich bin in der technischen Berechnung tätig. Und ich habe einen Kommentar bekommen und ich möchte kurz darauf eingehen. Und zwar hieß es im Kommentar, ich habe eine komplizierte Anlage und ich habe die Modal technisch gerechnet und ich sehe zig verschiedene Schwingungen und ich betreibe die Maschine und ich sehe nur eine bestimmte Schwingung, die da auffällt, alles andere nicht. Das ist, dann war die Frage, zumindest so habe ich den Kommentar verstanden, wie kann ich von vornherein wissen, aufgrund der Modalanalyse, was schwingt und was nicht. Und die korrekte Antwort ist, gar nicht. Es geht nicht. Das heißt, du kannst das ahnen, aber du kannst das nicht wissen. Weil die Modalanalyse, die zeigt, die geht dir nicht auf die Anregung an. Das heißt, wenn du irgendwo Anregung hast, angenommen, du hast einen Vibrator, einen Motor, ein irgendwas, was Energie bzw. direkt schon Schwingung ins System liefert, dann kannst du natürlich erahnen, wenn deine Modalanalyse dir zeigt, dass ein Bauteil, das direkt an diesem Anreger ist und direkt dieselbe Eigenfrequenz hat, wie hier angeregt wird, dann kannst du erahnen, du bekommst da Eigenfrequenzen. Aber du weißt nicht ganz genau, ob du alles richtig modelliert hast und ob das nicht vielleicht doch 5 Hertz daneben liegt. Das heißt, das ist schwierig, nur aufgrund der Modalanalyse zu sagen, dein System wird ruhig sein oder es wird schwingen. Modalanalyse muss immer in Verbindung mit der Praxis gesehen werden. Das heißt, oder muss einfach nur, um das System zu verstehen, gemacht werden. Das heißt, mit anderen Worten, du nimmst ein komplexes System, du rechnest das durch von 0 bis 100 Hertz, nimmst du alles mit und siehst alles und dann siehst du, wenn es komplexes System ist, wegen mir 1000 Eigenschwingungen. Mal dieses Blech schwingt, mal diese Welle schwingt, bei von 0 bis 100 Hertz alles Mögliche schön verteilt. Jetzt gehst du in die Praxis, schaltest du die Maschine an und siehst halt nur diese eine, von der du jetzt sprichst, oder zwei oder drei Bereiche, die schwingen, alles andere fällt dir ganz auf. Dann gehst du hin, von der Praxis, nochmal in die Theorie zurück und sagst, okay, ich suche nur die, die ich in der Praxis gesehen habe. Nur diese drei oder nur diese eine. Bleiben wir mal bei drei. Hast du diese drei wieder gefunden in der Rechnung, dann ist schon mal gut, du hast nicht schlecht modelliert. Gut, du musst immer nur abschätzen, ob das wirklich das ist. Wenn das recht wenig, recht sichtbare Schwingwege sind, wie bei großen Teilen, dann ist das leicht abzuschätzen. Wenn es hochfrequente Teile sind, dann ist das schwer abzuschätzen, dann musst du eine Messtechnik verwenden. Warum sage ich, dass das übrigens nicht immer der Fall sein muss, dass du es richtig modelliert hast, weil nicht immer alles einfach nur aus Stahl, was hier leicht rechenbar wäre, besteht, sondern es gibt Elemente, die miteinander verbunden sind, die bestimmte Reibungseigenschaften haben, nicht konstante Federeigenschaften haben, wie Gummi und sonstiges, Verschraubungen, wo Reibungen mitspielen und und und. Also es ist wirklich, Modalanalyse ist linear, die Realität nicht mal näher zur Linearität, mal weiter von der Linearität entfernt. Auf jeden Fall gehst du nur dann hin und findest, was in der Praxis geschwungen ist. Das heißt, nach der ersten, bevor du in die Serie gehst mit deiner Produktion, nach dem ersten Prototyp, guckst du die Maschine nochmal genau. Jetzt hast du diese drei Schwingformen, die dich stören. Vielleicht stören sie dich ja gar nicht. Kannst du übrigens ausrechnen, ob sie dich stören oder nicht. Okay, aber jetzt stören sie dich. Du willst sie nicht haben. Die sind unruhig, auch selbst wenn die aus der Festigkeitslehre okay wären oder Dauerfestigkeit okay wären. Trotzdem wirst du die nicht haben. Dann gehst du nochmal zurück und sagst, nur diese drei hole ich aus dem System raus. Und dann behandelst du diese. Und es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit zu entkoppeln. Manchmal macht es voll Sinn, manchmal nicht. Es gibt die Möglichkeit zu versteifen. Dann veränderst du durch die Steifigkeitsänderung, also dieses Schwingsmodus, veränderst du die Eigenfrequenz und verschiebst die nach oben, wenn du Steifigkeit erhöht. Oder Masse zu erhöhen. Wenn du Masse erhöht hast, dann schiebst du deine Eigenfrequenz runter. Es gibt diese drei Möglichkeiten. Entkoppeln, versteifen, Masse hinzufügen. Und das ist das Werkzeugtool, was du hast, vielmehr nicht. Und du gehst da dran und es geht um modale Steifigkeit und modale Masse. Das heißt, es nützt dir nichts, wenn du die Steifigkeit veränderst an irgendeiner weiteren Stelle, die mit dieser Schwingform nichts zu tun hat. Modal heißt Schwingform bezogen. Steifigkeit, die auf diese Schwingform bezogen ist. Und Masse, die auf diese Schwingform bezogen ist. Jetzt kannst du natürlich auch die Anregung irgendwie entkoppeln. Das geht auch. Muss nicht immer klappen, aber kann man versuchen. Oder dein Bauteil entkoppeln. Das kann auch stellenweise klappen. Manchmal erschaffen du aber ein neues Leben. Also neue Schwingprobleme. Wenn du das entkoppelst, dann hast du auf einmal im niedergewöhnteren Bereich vielleicht irgendetwas, was rappelt. Das kann passieren. Also ich wollte hier jetzt auch auf mein Seminar hinweisen, denn ich ja immer wieder unter der Videobeschreibung hast du einen Link, da klickst du drauf und das sind 42 Euro. Das sind Beispiele von solchen Schwingsystemen, wie man die verändert aufgrund der Veränderung der Steifigkeit, Masse oder entkoppeln. Und da gibt es eine Excel-Berechnung. In dieser Excel-Berechnung kannst du von vornherein abschätzen, ob du deine Eigenfrequenz dahin schieben kannst, wo du die dahin schieben willst. Also angenommen, du sagst, du hast ein System und das schwingt bei 40 Hertz und du willst das auf 50 Hertz erhöhen. Da kannst du in meiner Rechnung hingehen und sagen, ist Frequenz, soll Frequenz, wieviel Prozent der Masse, der schon vorhandenen Masse, müsste ich aufstocken. Und das muss, das weiß ich ja nicht, wieviel Prozent schon vorhanden sind. Aber du weißt, dass wenn dein Träger ist, der irgendwie in eine Biegung schwingt, dann ist die schwingende Masse nicht der ganze Träger, sondern das, was am meisten schwingt, geht 100%ig ein. Das, was gar nicht schwingt, geht zu 0% ein. Also wenn es zum Beispiel so eine Art Pendelschwingung wäre, dann wäre es 50% des Trägers, also des Trägers, wenn der jetzt so schwingen würde. Dieser Bereich geht überhaupt nicht ein, dieser hundertprozentig ein. Also wenn das gleich verteilt ist, die Masse über den Träger, dann ist das 50%. Wenn es irgendwie so schwingt, dann ist das weniger als 50%, weil hier steht das auch noch fast. Und hier geht es über, also musst du abschätzen. Also das ist keine Rechnung, die dir das hundertprozentig irgendwie zeigt. Und da geht es nicht um die letzten Feinschliffe, aber da geht es grob darum, ob du überhaupt das erreichen kannst, was du erreichen willst. Weil manchmal denkt man, mit noch ein bisschen mehr Masse kriege ich es noch besser hin, mit noch ein bisschen mehr Steifigkeit kriege ich es noch besser hin. Es gibt aber eine Art Bereich, wo du, wenn du meine Excel-Tabelle nutzt und sagst, okay, ich will von 40 Hertz auf, was weiß ich, 70 Hertz gehen. Und wenn die Tabelle dann sagt, 2000% Masse aufschlagen, dann wird es dir schon irgendwie klar, oh, mein Träger wiegt wegen mir 50 Hertz, äh 50 oder sagen wir mal 5 Kilogramm. Das ist die erste Biegung, also sagen wir mal 3 Kilogramm davon, ist circa die modale Masse. Und wenn da steht irgendwie 1000 wegen mir oder 2000 oder was Prozent der Masse aufschlagen, dann musst du diese Kilogramm noch 10 mal draufschlagen, diese 3 Kilogramm noch 10 mal oder 20 mal draufschlagen. Das wird dann wahrscheinlich nicht gehen. Wenn du es aber irgendwie in 5 Hertz oder 10 Hertz verschieben willst, dann kannst du es mit relativ wenig Kilogramms schaffen. Also, ich wollte noch mal drauf verweisen auf die, auf mein Seminar, den ich ja online habe. Das sind Beispiele. Am Anfang, das sind ja auch Videos, die du dann bei mir im Seminar, also im Kanal findest. In diesem Kanal sind ja Videos und in den ersten paar Videos, da siehst du die Folien. Die sind aber jetzt theoretisch, die sind jetzt nicht so viel wert. Da wo Beispiele kommen und so weiter, dann siehst du dann nicht mehr. Das ist das, was du dann kaufen musst. Und an dieser Stelle, danke an die, die es schon gekauft haben, da sind ja schon einige. Und stellt ruhig Fragen. Ich kann mir nicht vorstellen, das ist ja eine Art Präsentation, das ist ja kein geschriebenes Buch. Und da sind Videos, wo ich was erkläre in den Videos, aber es kann schon sein. Die Videos findest du übrigens, jeder findet die Videos in meinem YouTube-Kanal unter dem, unter dem, unter der Playlist denken nach und konstruieren. Aber nicht jeder sieht dann die Folie. Die Folien, am Anfang sieht sie jeder, aber später sieht sie nur derjenige, der es gekauft hat. Und diejenigen, die es gekauft haben, bekommen ja auch Berechnung. Die Excel-Tabelle, wo du Verformungen berechnen kannst, aber auch diese dynamische Geschichte. Stellt Fragen. Wenn ihr diese Folien schon gekauft habt und zu Seite wegen mir 130 habt ihr eine Frage, oder kannst du noch ein Beispiel zu Seite 130 stellen, oder was weiß ich was, dann schreibt das ruhig in den Kommentaren. Ich sehe das, ja. Und ich werde darauf reagieren. Das ist ja das Schöne an diesen Folien, die ich da reingestellt habe. Das ist nicht einfach nur gekauft, oh, jetzt habe ich meine 150 Seiten und Excel-Tabelle für 42 Euro. Na ja gut, dann ist es halt so. Sondern das ist ja die Interaktion, die mit dem Autor weitergehen kann. Ihr könnt mir Fragen stellen. Ihr könnt, kannst du bitte nochmal genauer das oder dies erklären. Wenn es für alle interessant sein kann, könnte, dann wird das Video daraus gemacht. Wenn das vielleicht eher speziell ist oder kurz zu beantworten ist, dann kann ich es auch im Kommentar beantworten. Aber das ist das Schöne an diesem Seminar. Du kannst Fragen stellen und ich kann diese beantworten. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das jetzt. Daumen nach oben und bis später.